Nehm ich noch einen Enderman mit? Ich nehm noch einen Enderman mit. Wenn er schon hier ist. Ja. Aber auch echt. Wer ist es denn jetzt von den 2? Ach, rennen wir einfach zu dem anderen. So, 3, 2, 7. Marsch, flitsch nicht als weg. Da ist er. Was muss er denn jetzt? Komm schon. Schon scheiße ohne Jetpack. Komm jetzt hierher, Jetpack. Na? Aha. So, da hab ich einen. Ah, ist der nächste. Ich hab mir mal gleich ne Axt mitgenommen, hä? Hab ich mal mitgedacht. Ich hör doch noch einen. Haben wir denn ne Axt? Jo. Hammer. Ja. La la la. 200 Meter von zu Hause weg. Du hast doch deine ähm... Ja, hast dein Zeug gleich wieder, dann kannst du mit der Kettensäge farmen gehen. Äh ne, will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht fahren. Achso. Ich hab die Quarry grad abgebaut. Ah. Und jetzt hol ich mir noch einen Schluck Kohle. Und dann... Ja. Ähm... Mach ich wüsste Sachen. Ähm... Warte mal davon ab. Wie wär's denn, wenn wir das Öl-Raffinerie-Zeug da hinten beim Öl in der Nähe aufbauen? Und dann ab und zu mal da gucken gehen. Dann müssen wir jetzt hier 100.000 Ohre legen. Können wir von mir aus auch gerne machen. Ähm... Ich wollte eh die Quarry erst noch mal da hinten platzieren. Moin. Äh... Hier... Warte mal, wo mach ich denn das Zeug hin? Äh... Machst du hier in die Kiste rein? Ja. Das, das, das... Das, das... Das und das und das... So... Und die. Müsste alles sein. Und der Rest? Wie der Rest? Was für'n Rest? Ja, der Rest? Weiß nicht. Was für'n Rest? So... Das, das... Das... Und das können wir laden. Das ist voll. Das ist da. Das da. Das da. Einmal... Ey, mein Öleimer fehlt. Den hab ich dir eigentlich auch gegeben. Stimmt. Naja. Was bin ich mit einem Öleimer, ne? Ich wollte ja nur probieren, ob's funktioniert. Ja. Brauch ich ja sowas. Ach so, ähm... Bevor ich's vergesse... Ich geh jetzt erst nochmal zu den Bäumchen dahinten und farme erst nochmal so grüne Suppe. Oh, ist ja auch noch voll hier unten. Weil hier oben haben wir nämlich nur noch 8. Unten sind noch 18 Stück drin, ne? Aber das ist ja auch nicht mehr so die Masse. 18. Was? Was meinst du jetzt? Was meinst du jetzt mit grüner, grünen Zeug? Wegen Gummi. Achso. Ja. Ja, klar. Ja, da. Wieso? Ja. Ist nix. So. Schießt, da auch nicht. die eigentlich nicht ganz wasser müssen aber ich die ich trotzdem ans wasser pflanze weil es schöner aussieht wegen der ästhetik wer weiß wer weiß es denn das weiß bestimmt kein mensch da 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 hier ist auch immer eine spannende arbeit hier darf ich dir ja na gut dann soll das reichen wir auch keine hähne mehr naja wir haben ja auch genug holz wenn du jetzt sagst nee dann mache ich welche was? Holz? ja dann werden wir wahrscheinlich früher oder später brauchen ja ist eh Kratel dann so ein bisschen noch vor allem auch wegen holzkohle ja und so viel ist hier in der kiste für holzkohle nicht mehr dann willst du mir grad farben helfen? glaub es wird schon wieder dunkel ja warte ich fäll einfach schon mal weit grad ja geht ja schnell wie schnell hat man da ein stack zusammen wie schnell hast du jetzt jetzt nix zusammen ja wow ja tututututut ups tja so soo 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 ich such grad eigentlich suche ich meine Dingsbums find ich gar nicht mehr find ich gar nicht mehr dein was? aber ne Säge äh die ist hinten hinten drinne ups total jetzt sammle mich noch auf mal heisst soo noch ein bisschen noch noch ein bisschen noch soo 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 Das ist ein Skellett. Ja. Ah, die halben Bäume liegen halt oben drüber voll, aber... Was soll's? Ja. Na ja. Okay. Hammer. Haben wir doch wieder. Hey, wir haben halt. Ja. Ganz viel. Ähm. Zack. Oh. So. So. Auch gleich mal ein paar Hähnchens gemacht. Ah. Einen hatten wir doch noch. Ja, wir hatten noch so'n gebrauchten in der anderen Kiste. Ah, aber... Äh. Oh, wir haben auch wieder zwei Stacks. So. Ja. Ach, ich muss langsam mal wieder meinen... Oh, yo, mein Feck ist leer. Oh je. Ja. Mal aufladen. Äh... Das ist gerade Schiss, was du da machst. Was? Du machst gerade aus... ...Rubberwood... ...Tropenholz. Was mach ich? Tropenholz? Ja. Naja. Hm. Sollte anders laufen. Klar. Dann haben wir wenigstens Tropenholz, können wir einen Tropenbaum pflanzen. So. Ja. Du hast da alles beabsichtigt. Ah, ach so. Ja. Oder hast du schon mal hier einen Tropenbaum gesehen? Äh, ja. Gerade hier. Ich verrate dir aber nicht, wo. Nein, hinter den Ölfeldern ist da... Hinter den zwei Ölfeldern ist, äh... Das sind Tropen. Ach so. Ja. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ja. Weiß ich. Ich weiß es halt. Ja, ja. Dann klar. Ja.